Wir von der GD-Gebäudeservice GDR in Erfurt sind Ihr zuverlässiger Partner für die Instandhaltung Ihrer Immobilie. Das breit gefächerte Leistungsspektrum unseres Unternehmens reicht von der Gebäudereinigung über den Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Renovierungen. Da Ihre Zufriedenheit für uns von großer Bedeutung ist, stehen wir nun mit unserem Hausmeisterservice stets mit großer Sorgfalt und hohem Engagement zur Seite. Zudem kommen bei unserer Arbeit nur moderne Werkzeuge sowie hochwertige Putzmittel und Baumaterialien zum Einsatz.